Yo, hier Killer1 im Studio für den Untergrund Zambler von Killer1 und von Rawside. Ja, von mir und von Rawside quasi. Und ja, das Ding wird ein Bombenteil. Da sind Leute drauf wie SK1, Michael und der Ex und viele andere auch halt noch. Und das wird ein Bombenteil. Also ich habe schon mal reingehört in die Tracks, die ich bis jetzt schon mal habe. Das sind einfach Hammerteile. Also muss man ganz ehrlich sagen, für die Leute, die das Privileg dafür haben, bei dem Samba dabei zu sein, die haben auch alles gegeben, ja. Und ja, das Ding wird kostenlos kommen auf jeden Fall. Weil wir sind ja im Untergrund. Wir wollen ja keinen Profit daraus machen. Und ja, ich hatte dann auch noch einen Track dabei, beizusteuern mit EROKA von Subkultur Imperium. Der Track wird heißen, ab auf den Strich. Ja, das wird auch ein knaller Ding. Vor allem, weil EROKA ja auch ein richtig guter Rapper ist, dann mit der Fusion mit mir zusammen. Da wird ein Bombenteil. Und ja, ein solcher Schluss ist halt der 22.11., also nächste Woche ist dann Schluss. Ja, und, äh, der Track macht sich ja nicht umsonst, ne? Alles klar, ne? EROKA der Mutterficker und Killer zu dem Einzel-Schlag-Nutten. Und wir meinen es ernst. Gehst du nicht zum Strich, knallt es einmal gut? Fick ich diese Fotze während meiner Wut. Ihr wisst Bescheid, Leute. Denkt dran. Downloaden, wenn das Ding da ist. Untergrund-Sampler Nummer eins. Killer eins und Warside. Yeah. Peace.